Guten Tag! Herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Luis ist im Hotelzimmer. Er telefoniert. Entspanne dich und höre zu. Hallo, Tante Marisa! Hallo, Luis! Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich habe keine Prüfungen mehr. Ah, sehr gut, Luis. Wie waren deine Prüfungen? Sehr gut. Ich habe jetzt Ferien. Ich bin in Deutschland. Luis, du bist in Deutschland. Super! Wo bist du? Ich bin in München. Wir sind im Berchtesgarten. Wo wohnst du? Ich wohne im Hotel. Das Zimmer ist sehr schön. Gut. Wir wohnen auch im Hotel. Wann sehen wir uns? Ich bleibe fünf Nächte in München. Warte. Ich frage Onkel Richard. Richard! Luis ist am Telefon. Er ist in Deutschland. Luis, Richard möchte dich sprechen. Hi, Luis. Good to hear from you. How are you? Gut. Es geht mir gut. Richard, sprich Deutsch. Wir sind in Deutschland. Oh, ja, ja, ja. Mein Deutsch ist not so gut. Wie geht's? Das one I do remember. Mir geht es super. Ich bin in München. Luis, you have to come to Berchtesgarten. Berchtesgarten is sehr schön. Sehr gut. I love it here. You should see the mountains. Fantastic. Richard, Deutsch. Oh, Marisa, give me a break. Fantastisch, I mean. Sehr gut. Ich möchte Berchtesgarten auch sehen. Soll ich am Wochenende kommen? Yes. Ja, ja, on the Wochenende. We're renting a car, a Porsche. Die deutsche Autobahn is great. Good. Sehr gut. Marisa is a great driver. Sehr schnell. See you on the weekend. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, und der Richard, try carefully. Ja, ja, bye, Luis. Das war ein Telefongespräch. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us. www.babelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.